Was geht ab, meine Lieben? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf RacingDom. Mehrere Sachen, die wir zu besprechen haben, wie du siehst, gerade keine Autos, das wird eher so eine Art, was ich mit dem Kanal vorhabe. Weil bisher habe ich euch einfach Videos, nach denen niemand gefragt hat, einfach hingeklatscht und gesagt, hier, ne bitte. Und ich hoffe, euch macht das Spaß, mir macht das unfassbar viel Spaß, vor allem, weil das halt auch ungeskriptet ist und halt einfach so einfach drauf los. Aber ich habe schon bestimmte Dinge, die ich auf diesem Kanal machen möchte und das sind aktuell schon mal drei Stück. Und schreib mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, worauf du vielleicht Bock hättest auf welches Projekt oder welches Projekt du am meisten fühlst. Punkt 1. Ich möchte sehr, sehr gerne ein Auto von dieser, es gibt hier verschiedene Auktionshäuser oder so Auktionsplattformen. E-Auction ist hier eine große in Dubai, wo du dir irgendein Auto ersteigern kannst. Und ich möchte mir gerne ein Auto ersteigern, das mit euch gemeinsam machen, vielleicht dann sogar auch live gehen und gucken, was dann am Ende für eine Möhre dabei rumkommt. Und halt euch mit dem gesamten Prozess mitnehmen, ob ich den oder wie ich den dann wieder auf Vordermann bringe, wie der wirkliche Zustand ist. Das heißt, das ist die erste Sache, die ich durchsetzen möchte und da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Der zweite Punkt ist, dass ich sehr, sehr gerne ein Auto aus Japan importieren möchte, weil ich glaube, gerade für Menschen, die so im Automobilsektor unterwegs sind, ist Japan schon eine heiße Nummer, was Gebrauchtwagen angeht. Und der dritte Punkt ist, ich möchte gerne ein Auto holen und ich möchte das komplett durchtunen. Also wirklich mit Neonröhren drunter, vorne die Schnauze dran, hinten der Diffuser, fetter Spoiler, Seitenschürzen, irgendwelche Decals drauf. Need for Speed Underground 2, was man immer machen wollte, das ist einfach mal real life machen. Und mir schwebt so ein Nissan GT-R vor. Das Problem ist halt einfach, die sind ja jetzt auch nicht super günstig und ich weiß nicht, ob ich da so viel basteln will. Aber schreibt mir gerne mal rein, auf welches Automobil ihr Bock habt, was wir wirklich einmal so richtig hoch züchten. Und innen, außen, alles mögliche. Und ja, das wäre die Idee. Und bevor wir das Video beenden, eine Sache noch, vielen, vielen Dank für 1000 YouTube-Abonnenten haben wir jetzt, glaube ich, diese Nacht erreicht. Was bedeutet, stelle ich auf YouTube-Werbung ein, damit ich damit meine 3,50 Dollar verdiene. Vielen Dank, Leute. Kuss, wir hören uns bald wieder. Euer Dominik. Ciao, ciao. Euer Alfie. Ciao, ciao. Wie immer schlägt, wenn er in den Fokus kommt.